Die duale Zustellung bietet im Versandservice viele Vorteile. Vorschreibungen und Briefe, auch nachweislich, werden also automatisch von den K5-Programmen, K5-Finanzmanagement, ELAC, an dieses zentrale Versandsystem übergeben und dort automatisch verteilt. Die Gemeinden sparen sich somit Zeit und Geld. 200 KUFGEM-Kunden wie unter anderem die Gemeinden Landegg, Bad Hering und Zell am See nutzen diese Vorteile bereits.